Auf jeden Fall, hau rein, cool, dass du bei warst und ja, Mördermaster, genau, Mördermaster, es kann sein, dass du den Bitch-Woof gemacht hast, dass du hier den Freundschaftsantragenglocker drin hast und John Gaming spendet ebenfalls alle mal 2,29 für dich, kannst du mich adden, John Gaming, entweder, also entweder ihr könnt es halt im Stream gewinnen, muss dafür aber nochmal die FL lernen, ich muss mich da irgendwann mal zubringen, oder du bist halt Mitglied und vielen, vielen Dank wirklich für 2,30 Euro, 29, ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles, äh, Brows, Gefangenenbrows hast du da gemacht, ich hoffe, äh, du hast auf jeden Fall für deine Arbeit und für deine Mühe auf jeden Fall auch ein paar Abus dadurch bekommen, dass ich darauf gerechnet hab, so, ich werde mir erstmal alles gönnen, bei doppelten Skins ist direkt